Mein Fefi, ich würde so gerne mal wieder mit dir schmusen. Ich auch mit dir. Ja, auf der Bühne. Auf der Bühne? Ja, beim Heppiger Theater. Und wann ist das? Das ist am 12. und 13. Ach stimmt, oder am 20. und 21. Januar, gell? Genau, richtig. Und was magst du mitnehmen? Mitnehmen? Nichts, da gibt es doch erst noch ein Tringer. Ja, genau. Und das kann von uns. Dann stoßen wir gescheit an. Jawohl.